Was geht Leute, Obito hier mit dem Puls vom Whitebeard, Roger bzw. Luffy Crew, Sugofest Part 2. Wir machen hier den Free Multi und dann 10 Multis auf Part 2. Ziel ist Kit, Ziel sind Dupes von Roger Whitebeard und andere Dupes von Last Tap Legends. Aber gucken wir erstmal, ob der Free Multi genauso schlimm ist, wie er sonst auch mal ist. Oh, wir haben mal Animationen im Free Multi. Also im Free Multi würden mir ja tatsächlich noch die neuen Dual Straw Heads fehlen. Aber what are the odds, right? What are the odds? Auf jeden Fall, oh, Doppel Red im Free Multi, okay. Ich hatte echt in den letzten 5 Free Multis glaube ich keine Red mehr. Mir fehlt auch immer noch der Shinobu Rare Recruit. Wäre nice, den auch noch zu bekommen. Genau, aber der Hauptpreis für Part 2 ist natürlich Kit. Okay, Big Mom ist obviously ein Dupe. Oh, Bonnie. Bonnie ist gar nicht bad, aber habe ich schon Rainbow. Aber auf jeden Fall ein guter Free Multi, kann man sich überhaupt kein bisschen beschweren. Sentomaru, okay. Alright, alright, alright. Gut, dann wäre das nämlich auch schon erledigt und dann... Hauen wir mal die 10 Multis in Part 2. Das hier ist Part 2, nur damit ich keinen Mist baue. Wie gesagt, ich brauche von allen Last-Tip-Legends-Dupes. Ich würde auch von Roger Whitebeard einen Dupe kriegen. Äh, eines durch, ja. Und dann lass uns hier mal gucken. Fangen wir mal an. 15% Red Rate, here we go. Okay, sieht schon mal zumindest nach ein paar Animationen aus. Vielleicht Gear 4. Schade. Aber vielleicht trotzdem Red waren da ziemlich viele Animationen. Ja, ein Red ist dabei. Nice. Okay, Perona, Kuma, Zorro. Ich weiß gar nicht, ob man die Shinobu Rare Recruit hier pullen kann im Endeffekt. Ah, danke für den Sheer. Okay, erster Red ist King. Nice. Von King hat mir auch noch einen Dupe gefehlt, tatsächlich. Ähm, oh. Ray Garbant Dupe nehmen wir natürlich auch mit. Dann ist King nämlich jetzt Rainbow. Okay. Der Multi war okay. Definitiv. Second Multi. Ja, Aiden hatte den Jackpot. Also, so ziemlich. Okay, waren wieder viele Animationen. Nur ein Cut in. Aber das heißt ja hier meistens überhaupt nichts. Ein Red ist trotzdem dabei. Zwei Reds. Nice. Ja, alle Reds haben übrigens die gleiche Rate hier. Also alle 0,5%. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, Dupes von Yamato oder so zu bekommen. Deswegen ziemlich nice. Aber wir wollen natürlich Kid. Weil Kid schon ewig dem Account im Endeffekt fehlt. Und ich ihn echt gerne hätte. Oh, nice. Shanks und Buggy Dupe. Nehmen wir natürlich auch mit. Und der Red ist... Ah, ich hatte für einen kurzen Moment gedacht, das ist einfach Roger Whitebeard. Einfach wegen dem Artwork. Das wäre natürlich insane gewesen, da jetzt einen Dupe zu bekommen. Und Cracker, okay. Alles klar. Junge. Ronny, Alter. Du weißt schon, das ist... Egal, fast schon. Aber dank dir. Oh, alle Animationen. Nice. Auch alle Cut-Ins? Fragezeichen. Let's see. Okay, ein Red. Zwei Reds. Come on. Drei. 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 Drei Reds. Oh, und noch einen Secret. Oh, okay. Zorro. Come on. Ein Last-Tip Dupe oder Kid. Ah. Dockstore. So. Okay, die Red Rate ist auf jeden Fall insane. Die Legends, die wir bekommen, sind halt nicht nice. Oh mein Gott, ey. Wie viele Reds noch in dem Multi? Uh, noch ein King-Dube. Noch ein King-Dube. Uh, Shanks Crew, okay. Guter Multi auf jeden Fall, was die Reds angeht. Von der Menge her. Von der Qualität her halt leider nicht. Dafür, dass die alle dieselbe Rate haben, was ein bisschen unlucky. Aber die Red Rate kickt auf jeden Fall rein. Wir haben fast immer hier viele Animationen. Schon nice. Ein Reds auf jeden Fall schon mal wieder dabei. Ja, einer und ich glaube, der letzte ist garantiert, ne? Ist, glaube ich, Multi-Vier. Und der Red ist... Wieder Zorro. Okay, belastend. Brook. Okay, das hier ginge einfach Rare Recruit-mäßig komplett durch. Und der letzte Red ist... Ah, Sweet Commanders, okay. Nothing to write home about. Okay, Multi-Fünf ist Rate Boosted oder Sugufest. Die Steps hier sind bis auf die Limited Steps meistens eh völlig egal, weil es geht halt einfach um die Red Rate. Die Steps sind halt nicht wirklich nice. Aber der Red Rate ist fast immer was dabei. Aber das könnte ja tatsächlich der erste... Ein wenig Tote Multi-Sein, tatsächlich. Oh, aber ne, ist noch was Secret-mäßiges dabei. Oh, nice. Oh, nice. Habe ich schon, aber ist natürlich ein super Dupe und ich habe ihn noch nicht angevolved. Also, sehr cool. Okay, Shirahoshi. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon Rainbow habe. Und Hawkins, okay. Der nächste ist auch wieder Raid Boosted. Ich glaube, der zehnte ist Limited Pool. Wenn ich mich richtig erinnere. Super Limited Pool. Und ein Legend Step ist, glaube ich, noch so dabei. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall auch schon wieder ein Red. Minimum ein, logischerweise. Zwei, nice. Und vielleicht das elfte Poster auch noch. Ein Brook. Okay. Und der Red ist... Blackbeard, okay. Brauchen wir natürlich auch nicht. Oh, ist auch noch ein Secret Red dabei. Oh, Extended. Oh mein Gott. Nice. Da ist der erste Dupe. Jawohl. Da ist der Final Tap schon mal ein höher. Nice. We take it. We take it. We take this Dupe. Das ist so nice. Sehr schön. Alter, der Zorro, der hat dieselbe Rate wie die anderen, aber er kommt einfach permanent, ne? Zu gut. Okay, ich bin jetzt schon happy, weil eine, eine Final Tap. Es kommt noch ein Tablet dazu. Fehlt im Endeffekt gar nicht mehr so viel. Okay, das war jetzt dafür der Dead Multi. Mein Ziel ist, äh, Kit zu pullen. Kit und Dupes von Yamato und den anderen Last Tap Units. Das funktioniert halt bis jetzt noch nicht. Obwohl die alle dieselbe Rate haben sollten, aber, ja. War bis jetzt leider andere Legends. Aber der Robert, äh, der Roger Whitebeard, beziehungsweise Robert Dupe ist natürlich super nice. Okay. Okay, Gyukimaru ist auch hart geboostet, glaube ich, hier. Okay, Multi 8. Ja, auf dem Papier haben die die gleichen Rates. Ob das dann halt wirklich so ist, ne? Das muss Bandai für sich selber beantworten. Aber das hier ist auf jeden Fall, das ist hier Guaranteed Red mit allen Animationen. Ich hoffe, es ist mehr als nur der, als nur der Endred, weil bis jetzt sieht es so aus, als wäre es nur der Red am Ende. Vielleicht ist ja noch irgendwie was Secret-mäßiges dabei. Aber alle Animationen ohne Red in the Middle ist schon ein bisschen bitter. Aber es ist anscheinend so. Deswegen bedeuten Animationen einfach nichts. Es ist halt ein Red und wahrscheinlich ist es halt irgendein Trash. Bandai. Ah, gar nicht. Okay, kein Trash, aber bringt mir halt nichts. Halloween Law ist eine gute Legende. Halloween Law ist eine sehr gute Legende. Okay, der Multi ist komplett dead. Schade bei der 15% Red Rate. Aber ich glaube, insgesamt haben wir sehr, sehr viele Legends bekommen. Sehr, sehr viele. Das waren halt nur leider die Falschen. Aber ein Robert Dupe ist dabei. Bellamy. Noch ein Kyukimaru. Und jetzt kommt ja noch die Limited Pool Legend. Da ist die Rate tatsächlich extrem hoch, dass es irgendeine von den Last-Tab-Legends ist. Und ich meine, ich pull ja eh noch auf Part 3. Das heißt, Yamato Dupes kann ich da auch immer noch pullen. Ist halt schade für den Kit. Im Endeffekt. Aber was wird sie machen? Wieder keine Animation. Gar nichts. Aber trotzdem Red bekommen. Also ja. Vorhin Full Animation, kein Red. Jetzt keine Animation und einfach ein Red. Ich liebe dieses System. Zu gut. Okay, aber die Shanks und Buggy und die Raid Rate ist schon ziemlich hoch. Extrem viel bekommen. Okay. Und der Red ist Ah, wieder Bartow Cavendish. Ist schon unlucky, was die normalen Legends angeht, würde ich sagen. Ein wenig. Und der Limited Pool ist Hawkins wahrscheinlich, oder? Nein, Esbrus ist er keinem. Oh Mann. Ah. 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 Okay. Ja, gut. Das war es im Endeffekt mit meinem Puls. Bei mir geht es dann Part 3 weiter. Also der Dupe von Roger Whitebeard ist natürlich super nice. Aber ansonsten halt bei den ganzen Reds leider keine einzige Last-Tip-Legend dabei. Das ist halt schon ein bisschen unlucky. Aber ich beschwere mich nicht. Ich habe auf Part 1 sehr viel Glück gehabt. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.